Hallo, mein Name ist Stefan Gärtner. Ich bin der Abteilungsleiter der Schweißerei der Firma KTS TechnologiePike Stahl. Wir suchen dich als Zusammenbauer, Metallbauer oder Schlosser. Deine Aufgaben sind die Erstellung von Schweißbaugruppen. Wir verarbeiten Stahlblech in den Dicken von 3 bis 300 mm und in den Güten von S235 bis S960. Anhand einer Stückliste und Entzeichnung baust du die Konstruktion selbstständig auf und richtest diese bei Bedarf. Nach dem Zusammenbau wirst du die Baugruppe ausschweißen. Hierauf kommt es hauptsächlich auf die Qualität und auf die Wärmeeinbringung und Verzug an. Berufserfahrung ist uns weniger wichtig. Viel wichtiger ist die Leidenschaft für Stahl und diesen zu verarbeiten. Schön ist, dass wir bei uns bei KTS den vollen Wertegang einer Schweißbaugruppe sehen. Das bedeutet nicht nur das Schweißen, sondern von der Entstehung des einzelnen Brennteils bis zur fertig lackierten CNC-bearbeiteten Komponente. Wenn du dich angesprochen fühlst, würde ich mich sehr über deine Bewerbung freuen. Und wenn du noch Fragen hast, dann ruf mich gerne an.